jo moino leute herzlich willkommen mit dem prediction zu formel 1 saison 23 mit dem prediction der große preis von kanada steht an und da sind die qualifying predictions dazu los geht's heute um 22 johle live um f1 tv und auf skysport f1 von der pole startet fernando alonso herzlichen glück und steinndorf 2 startet max verdappen und von drei und vier starten nico hülpenberg und yuki zonoda so dass das mit den qualifying predictions vom großen preis von kanada in montuela formel 1 saison 20 23 so wenn auch das video gefallen hat lasst ein daumen nach oben da vergesst kein abo daneben das glöckchen darfst nie vergessen glück zu gehen da haben verpasst du keiner benachrichtigte gehören auf diesem channel bis denna go to race ciao